So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Nächste Aufnahme Session. Tag. Wir brauchen einen Tiger. Beziehungsweise zwei Tiger. Ah, da ist schon einer. Ich hab ihn gesehen. Wo ist er? Ich hab dich gesehen. Bist du da? Oh. Jawohl. Tiger 1. Das gibt's jetzt nicht. Hey, jetzt ruft hier meine Freundin die ganze Zeit an, weil sie mir unbedingt was sagen möchte. Aber ich weiß nicht was. Und ich kann nicht rangehen. Es tut mir leid. Hoffentlich gibt das keinen Streit am Ende da. Geh doch in dein scheiß Telefon. Scheiß auf die Community. Oh, Mann. Das kann ich aber nicht. Ist doch voll unhöflich. Äh, ja. Tiger. Wo bist du Tiger? Einen Tiger. Wo ist denn ein Tiger? Nein, 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 nein. Nein, nein! 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 ich bin mit dem gedanke jetzt bei meiner freundin tut mir leid ich immer kurz was gucken wenn ich das hier bist du in scharfschütze molly molly irgendwie ist mir die ganze zeit wenn ich hier was kaufe dann krieg ich auch spritzen nachgeliefert so ich will wieder zum tiger wie viel haben wir denn überhaupt jetzt aufgenommen ich laufe mal hier jetzt einfach mal so geradeaus und gucken auf meinen zweiten bildschirm so die folge kommt heute morgen übermorgen flammt nee das ist falsch samstag sonntag montag dienstag mittwoch das ist die donnerstag folge glaube ich die donnerstag folge donnerstag das heißt zwei folgen noch dann habe ich feierabend ich muss mal lernen die folgenlänge in farcry mal wirklich zu wie soll ich nicht normalisieren zu bildschwein ja dachte tiger zu regulieren normisieren wie auch immer weil das ist halt blöd manchmal ist die folge halbe stunde lang und so weiter mehrmals sind die folgen halbe stunde bis 20 minuten lang und ich habe immer so ein aufnahmefenster ungefähr so von 20 minuten ich habe schon gedacht das ding hätte ja weg ich will nur ein tiger von dir will ich nichts wo ist es das kommt auf mich zu geh weg da ist noch einer fuck ich will doch nur ein tiger geh weg büffel sind richtig aggressiv die können richtig aggressiv werden wenn man die in die enge drängt oder sowas also die werden zum tier also wie viel büffel sind denn hier hier sollen tiger sein das ist mit fehler das hat sich eben nach dem tiger angehört nein büffel das wäre es jetzt die büffel die ja halten jetzt zusammen alle greifen mich auf einmal an rennen wir neun büffel oder so und der ein relikt nehme ich mit vorsichtig hier sind wir vorhin schon mal runter geflogen noch ein büffel büffel ich will doch ein tiger was soll der schiert telescopes büffel 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 ich bFP a hier ist die stadt und ich brauche einen t da wo ist denn mein kleiner tiger was sieht man auch jeden morgen übrigens guten morgen schatz das ist wie damals mit dem wildschwein wo ist denn so ein tiger die findet man nicht oft das ist kacke schnell mal in den einstellungen die spawn raten zu hochstellen die vor allem was mich wundert warum hier büffel sind die büffel sind auch da hinten das büffel pennt die jäger sind doch eigentlich recht leicht hier zu entdecken weil sie halt gelb sind ein gleiter die fahren weiter schade noch ein gleiter sind zwei gleiter aber kein tiger komm da ist er ja so ja heute krieg Nein! Ernst Saft, der ist ins Lager jetzt gerannt? Wohin der hin? Toll! Super Prophet, super! Hast dir mal Tolling gekriegt! Fahr weiter! Jetzt wird Tiger, Tiger despawned! Habe ich den nicht hier erschossen? Der ist echt despawned! Das gibt's nicht! Tiger! Ich will doch nur ein kleines Tigerfellchen! Ein kleines Tigerfell! Die kauft nicht möglich! Und was ist hiermit? Die ist leer! Munition für... Nein, Schrotflinte? Ach, ich hab kein Geld! Ich bin ein armes Sau! Da muss schon wieder drei Büffel stehen! Den Tiger hatten wir, weißt du? Und dann despawned das Mistvieh! Hat eine unheilne Munition gekostet und hat sich dann verpisst! Dieses... Schlupsch... Dingensch... Ich seh schon Geschwinster! Ich hab gedacht, da steht einer gefisselt! Eine Dame! Ne, ein Herr! Wie gesagt, ich seh schon Geschwinster! Da... Haben wir irgendetwas hier! Außer Büffel! Büffel! Tiger war da drüben, ne? Tiger war da drüben, ne? Ich brauch endlich mal jetzt zum verkackten Tiger! Dann mach ich eigentlich mal ne Aufnahme... Pause! Sag mal! Ich krieg hier nen Rappel grad! Mach ich ne Aufnahmepause und dann geht's nächste Woche weiter mit der großen Jagd! Beziehungsweise mit der Speed-Folge! Da könnt ihr mir, äh... Das... Ich müsste das eigentlich noch bei der ersten Folge reinschneiden! Das... Ähm... Ja, ihr mir das in die Kommentare schreiben wollt, ob ihr das wirklich alles einzeln sehen wollt! Oder nicht! Aber erst wenn ich den Tiger hier gefunden habe, dann hör ich auf! Und... Ich hab nen Tiger gehört! Und... Nee, Büffel! Hm... Nein! Nicht da hin! Komm her, du Mistvieh! Renn doch nicht so weit! Seht's! Mann! Danke! Ekelhaft! Ja, geb ich zu! Es ist ekelhaft! Aber... Mann! So! Was wollte ich eigentlich herstellen? Ich weiß es nicht! Waffengurt! Nee! Munitionsbeutel? Und... Nein, der hat das eine... Ah! Der hat den einen nicht gespeichert! Ach! Mann! Dieses behinderte Spiel! He-he... der hat das eine tiger feld nicht gespeichert wo dann gestorben sind das von der letzten folge kann sich daran erinnern ach man legt mir doch dieser karre scheiße ich bin grad so abgenervt das glaubt ihr gar nicht richtig abgenervt mehr zieht so ein paar piraten über den weg laufen alter da bleibt nicht mit der der hodensack noch übrig am ende frissig und frühstück die wichse so ein scheiß labert ja auch noch so ein pappagei irgendwo rum super es ist der wahnsinn ja ist wirklich wahnsinn geil der war auch am berghang eben so irgendwie so am berghang immer auch büffel was sind die büffel die hier so rum schnarchen ich will das noch in der folge noch hinkriegen warum hat meine über ungefähr genau 13 minuten ich bin grad so abgenervt alter in so einer stimmung wie ich gerade spiele sollte man eigentlich ein let's play definitiv nicht machen aber ihn gefunden mein herz mein herz leck mich erweitert der munitionsball da gibt es noch ein was brauche ich dafür fällt es goldenen die was zuteil die bei einer fahrt des jägers aufgabe gefunden werden muss ok fahrt des jägers aufgabe was sind das aufgaben das sind so das sind solche aufgaben hier über wieder lebens fahrt des jägers genau gibt es eine da im dorf besucht tot aufgabe ich mache mal so eine aufgabe oder am besten so eine aufgabe wo ein tiger im gebiet doch sind hier beispielsweise haben wir büffel da werden wir büffel hier wahrscheinlich jagen und tiger haben wir hier aber wir haben nichts in der nähe um dahin zu kommen jetzt so direkt naja gut hier haben wir dingos gut dann reise ich mal dahin in der nähe ist auch zitras tempel so dann mache ich mal eine aufnahmepause aufnahmepause und dann geht es in der morgigen folge dann weiter mit dem krieg je nachdem wie ihr euch entschieden habt entweder geht es dann morgen mit einer speed folge weiter oder mit einer normalen folge also dann soo so